Aber für mich ist das Problem, was ihr auch angedeutet habt, von euch kam es, dass ich natürlich Skript nicht als Menschen kenne, wenn der dort an der Außenlinie nicht rumkaspert und rumhampelt und Ehrgeiz demonstriert, dann heißt das letztendlich für mich immer noch nicht, dass er es falsch macht. Diese Frage, dass sie ihn aber im Klub kennen, denn er hat dort gespielt jahrelang, sie kennen und wissen, was er zu leisten hat, auch als Trainer, hat im Nachwuchsbereich gearbeitet. Und dann ist für mich das, dass man verlängert, dass man in die Saison geht, das ist für mich das Problem. Wenn man da nach drei Spieltagen sich trennt, ist das für mich immer auch eine Gesamtschuld des Gesamtkonstrukts.